Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Sims 4. Ja, Charlotte freut sich, denn neben mir sitzt Zoe, die Ehefrau von Charlottes Ex-Freund Philipp, der Charlotte einfach wegen Zoe verlassen hat und nicht sehr schön. Er hat auch hier Vorwürfe gemacht und dies und das und jenes. Und jetzt freut sie sich so richtig innerlich noch mehr, dass Zoe hier ist und sie um Geld bittet, weil Philipp es anscheinend nicht hinbekommt, für die Familie zu sorgen. Das hätte auch sie sein können. Sie hätte auch mit diesem Versager zusammen sein können. Und dann sind sie auch finanzielle Probleme und dann müsste sie bei Zoe sitzen und sie um Geld anbitten. Aber nein, es ist Zoe. Muss auch zugeben, das Haus, überlag, hier ist gar keine Wand, das ist eigentlich mehr im Wohnwagen. Ja, aber gut. Manche Menschen, auch Sims, sehen Menschen, andere gerne leiden und dies und das und jenes. Und da ist es egal, wie viel Schlechtes sie in ihrem eigenen Leben haben und so weiter. Wer weiß, wer weiß. Und ja, die Amazon, die weiß nichts davon. Charlotte hat ihr das Geld gegeben. Sie freut sich innerlich trotzdem. Mir ist es auch egal, ob Zoe das Geld zurückzahlt, denn sie weiß, Philipp braucht dringend Geld. Und sie denkt sich so, wenn er wüsste, dass seine Ehefrau bei mir ist und ich habe das Geheimnis und ich könnte es ihr erzählen. Aber sie überlegt sich so, nein, ich werde es nicht erzählen. Ich werde sie ein bisschen zappeln lassen. Vielleicht werde ich mich mehr mit ihr anfreunden. Und naja, und dann werde ich ab und zu, wird sie ab und zu mal das Wort Geld zurückzahlen. Okay, das sind ja zwei Wörter. Zurückzahlen, schreibt man zusammen. Für die, die es nicht wussten. Ups, Belehrung. Genau. Und Charlotte, ja, freut sich. Und die Amazon ist ohne Ahnung. Ich hatte auch in der letzten Folge keine Ahnung, dass ich die Desktop-Audio, also die Ingame-Audio nicht anhatte, weil es gab ja ein Update für OBS Studio. Und ja, deshalb konnte man keine Ingame-Musik hören und so weiter und auch nicht, wie sie reden und so weiter, sondern nur mich und wie meine Weste ich anhabe, weil mir ist kalt. Und, ähm, ich will auch nicht heizen und, ähm, genau, da hört man sie rascheln. Genau, deshalb, ja. Und deshalb können wir jetzt Ingame, ich habe das eingestellt, habe ich vergessen, darauf zu achten. Aber egal, und diesen Fehler begehe ich einfach häufig. Dann, genau. Also, vielen Dank nochmal. Ach, kein Problem, kein Problem. Ja, äh, ich werde mir das, äh, notieren und vielleicht werde ich sie in der Arbeitssorge gehen. Ach, mach dir keinen Stress. Oh, vielen Dank, weil andere werden über mich reden. Ja, das werden sie. Was? Gar nichts. So, dann, ich will noch schneller die Toilette benutzen, dann gehe ich. Ja, ja. Oh, muss erst spielen. Ja, ich habe, äh, auch dafür gesorgt, dass ich heiraten und, äh, ein Kind bekommen. Da habe ich leider nicht mehr weitergespielt, weil ich jetzt so spontan die Idee hatte, dass Zoe ein bisschen durch die Nachbarschaft läuft und Diebs, äh, Nachbarn um Geld bittet. Na, jetzt hat sie, jetzt muss ich nur schauen, kann man hier irgendwie die Rechnung bezahlen? Äh. Da muss hier noch jemanden fragen. Nach Heiratsurkunde fragen. Okay. Aber die hat doch eine Heiratsurkunde, oder nicht? Also zu Hause einfach. Wir haben nicht das Geld, um das auszurühen. Das machen wir aber jemand andern, ne? Oh, 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 oh. Oh je, oh je. Das muss hier noch jemanden fragen. So, also Charlotte hat sie gefragt, Maike, Mitchell, Jay, Moira, Bella, Gavin hat sie noch nicht gefragt. Aber bei Gavin hat es nicht funktioniert. Also fragt sie Joaquin. Joaquin, ja. Ach, ich muss noch Joaquin fragen. Oh je, je, je. Ich glaube, sie wird nichts sagen, wenn ich kurz duschen gehe. Sie ist ja auch anderweitig beschäftigt. So, jetzt muss ich auch immer schauen, ob beide, äh, ausschlagen, beide Balken, oder wie man das nennt. Dass ich sehen kann, ja, da passiert was, da kommt Ton, ja. Hatte ich schon ein paar Mal, ich weiß nicht wie oft. Aber, so. Ja, ja, du hast ein schönes Bäuchchen gemacht. Ach, wenn du wüsstest, äh, äh, duschst jetzt wahr? Ich glaube, sie hat mich gehört. Hallo? Äh, hallo, ich habe jetzt was anderes an. Oh, da kommt jemand. Schnell raus. So, ach, genau. Äh, wen brauche ich? Äh, wen haben wir natürlich? Ach, Joaquin. Muss ich wieder schauen, wo sie wohnt. Ein kleiner Augenblick, wo sie wohnen. Ja, äh, sie schaut sich so das Haus an und sieht dann dieses, ähm, aus. Ja, das ist das Haus. Ja, jetzt hat sie wieder was anderes, dann ist das nicht toll. Hier wohnt dann Familie Le Chien. Sama Holiday. Jetzt Chien. Und die Kinder. Ha, genau. Aurelie und. Was mehr mit der andere heißt. Äh, und Juan, glaube ich. Schauen wir mal erstmal nach. So, da habe ich ein bisschen gespielt. Ja, wie immer liegt Aurelie auf dem Boden. Ja, und hier haben wir Antoine. Sehr schön. Äh, hallo. Ich finde es immer noch, das können sie echt einführen. Vielleicht gibt es ja ein Update. Wer weiß, was wir noch kostenlos reinbekommen, wenn das zu vermieten Pack rauskommt. Genau, das ist das Haus. Das habe ich runtergeladen, glaube ich. Ja, ich weiß aber nicht mehr von wem. Muss ich mir das schnell von außen anschauen. Dann, ich finde es ja raus. Ach, ich habe den einen noch gar nicht hochgeladen. Den ich euch gezeigt habe. Machen wir mal Galerie auf. Dann gehen wir auf meine Galerie. Dann schauen wir schnell, was das Haus ist. Ich will euch nicht meine... Na gut. Den habe ich noch nicht hochgeladen. Das geht nicht. Das zeige ich euch. Geht nicht. Irgendein Wort ist böse. Tja. Jetzt weiß ich leider nicht, wer... Was das für ein Haus ist. Kunststücke. Ne, das ist nicht. Ich glaube, das da ist es. Ja, das ist von Teton 4. Also, wenn ihr das Haus möchtet, wenn es euch gefällt. Hier ist es. Von diesem... Ähm... Erbauer, Erbauerin. Genau, das ist das Haus. Falls es euch gefällt, könnt ihr euch gerne runterladen. So, da laden. Dann schauen wir mal. Dann singen wir schon. Ah, da ist Jockey. Da ist er ja. Jetzt kocht er. Wo seine Frau Küchin ist. Ist sie auch da? Scheint nicht da zu sein. Na gut. Hallo. So. War mir so kalt. Zum Glück habe ich was... War mir so anziehen. Oh, hallo. Oh, bonjour. Sorry, was machst du mit dir? Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Warum auch immer. Also, du kochst. Oh, wie, wie. Aber was machst du hier? Ja, warum bin ich denn hier? Ja. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, dass ich hier bin. Oh, das finde ich rauch. Tofu-Würstchen. Okay. Ja, ich, äh, heiß, ich, äh, ist es nicht so, als ob ich dich nicht möge? Ja, du mögst aber auch jemand anderen. Ja, bei ihr ist es auch das Gleiche. Äh, sie hatten was miteinander. Und Zoe fand Philipp halt interessant da und hat... Die waren jetzt nicht wirklich zusammen, aber... Ja, und sie hat die Beziehung... Also, sie haben sich gestritten und dann ist sie einfach zu Philipp gegangen. Aber man sieht ja hier, das war einmal. Aber ich glaube, ich habe das nicht richtig abgeschlossen, weil... Ist ja gut ein Hochzeitszeuge. Aber nicht von ihr, sondern von Philipp. Ja, da steht leider nichts. Na, egal. Ja, ähm... Und das wäre auch schön, wenn die nicht so oft aufs Handy gucken würden, aber egal. So. Also, du bist, äh, der Sonnenschein von jeder Frau. Hä? Äh, okay, was willst du? Bist du nicht meine Musikirrin? Äh, ja, ja, äh, aber, ähm... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Äh? Ach, ja, ich mach's so wie bei den anderen. Bei welchen anderen? Äh, gar nichts, gar nichts. Also, Philipp und ich, wir haben finanzielle Schwierigkeiten und wir können momentan die Rechnung nicht bezahlen. Uns wurde schon das Wasser abgestellt. Oh, Mann, nein, sag das nicht. Doch, das sage ich. Oh. Äh, Philipp, ich weiß nicht, weil ich weiß ja, ihr seid ja gut befreundet. Oh, er hat mich nicht gefragt. Und ich habe ihm auch nicht gesagt, dass wir, äh, naja, du und ich... Ja, zum Glück, zum Glück, das musst du nicht unbedingt erfahren. Oh, wie, wie, aber, äh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, äh, dass du ihr bist. Ähm, warum denn? Äh, weil, äh, ich, äh... Weil du, äh, äh, weißt du, ich bin verheiratet. Oh, das freut mich, äh, wer ist denn die Glückliche? Oh, ihr Name ist Samer, äh, Samer Holiday. Oh, Samer, ja, ja, die kenne ich, ähm, herzlichen Glückwunsch. Ja, oui, oui, da, merci, merci beaucoup. Und wie, äh, sie hat, äh, wir beide sind, äh, naja, äh, heiratet. Und wir haben zwei Kinder. Oh, das ist, das freut mich für dich. Oh, oui, oui, merci. Und, äh, ja, ich habe auch drei Kinder. Oh, freut mich für dich, äh. Ja, also jetzt wegen dem Kredit. Äh, wegen dem Kredit. Weißt du, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Äh, wieso denn nicht? Ja. Ähm, äh, hasst du mich etwa? Ich muss kurz niesen. No, no, ich hasse dich nicht, äh. Ich meine, ich weiß, es war, es war nicht schön, wie wir auseinandergegangen sind. Und es war sehr überraschend, als, ähm, ich erfahren habe, dass du der Trauzer von Philipp bist. Ja, es wäre sehr schwer für mich, dich zu sehen mit ihm. Äh, was? Äh, äh, weil, äh. Weil du? Äh, 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 ich glaube, du müsst gehen. Nein, nein, sag es, sag es. Aber so, ich kann es nicht sagen. Philipp ist mein bester Freund. Äh, 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 ja, okay. Also, wenn Philipp dein bester Freund ist, dann könntest du uns doch helfen, finanziell. Äh, wir brauchen das Geld, bitte, bitte, Joaquin. Es tut mir leid, was ich getan habe. Äh, aber was ist, wenn ich, äh, wenn Philipp kommt und mich auch um Geld bittet? Ich weiß nicht, ob er sowas machen würde. Hat er denn sowas gemacht? Äh, no, no, aber er, äh, was soll ich sagen? Äh, naja, du kannst es ja verschweigen. Verschweigen? Oh, no, no. Ach, bitte, bitte. Ach, naja, wie das so ist, äh. Ach, danke. Also, äh, also gibst du uns das Geld. Es wäre, es wäre sehr wichtig. Weißt du, natürlich werde ich dir das Geld geben. Ich wäre doch kein guter Freund, nicht wahr? Ja, ja, du wärst kein guter Freund. Oh, bitte. Aber natürlich, ihr. Aber warum muss ich jetzt schon zahlen? Oh, ja, 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 natürlich. Aber sag Philipp nächste Woche. Dann kann ich ja gleich die Rechnung bezahlen. Willst du sie jetzt bezahlen? Ja, was soll ich sie sonst bezahlen? So, dann haben wir das hinter uns. Oh, da könnte ich was essen. Ich habe Hunger. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, so eine gute Idee ist, wenn du ihr bleibst. Oh, okay. So, jetzt überwiesen. Oh, ich glaube, der hat noch Gefühle für mich. Dum, 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 dum. Äh, der Tofu, der eklig. Du willst mir jetzt nicht sagen, er hat gekocht und dann holt er das Essen, was im Kühlschrank ist, raus. Also, dieses Spiel ist doch toll. Mh, naja, irgendwie riechen die gut, aber das ist so ein falsches Fleisch. Oh, ich hoffe, ich werde der Philipp nichts sagen. Die Leute haben sich auch so komisch verhalten. Mh, was ist denn, was ist denn los mit den Sims? Wollen wir alles ein bisschen Geld geben? Dum, 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 dum. Na, dann gehe ich einfach nach Hause. Ii, was ist denn los, Samuel? Also, vielen Dank nochmal für das Geld und ich gehe dann jetzt... Okay, aber ich werde dir nichts sagen. Oh, danke, danke. Ich hab dich lieb... Was? Nichts, oh, scheiße, jetzt hab ich es gesagt. Ja, das war unangenehm, sorry. Oh, die hat es nicht in den falschen Hals bekommen. Ach, das war ja unangenehm. Oh, ups, ich hab's gehört. Oh, es regnet. So, Philipp, was machst du denn mit den Kindern? Lägt die doch schlafen. Da stehen Kinder in meinem Wohnzimmer. So, was ist denn da los? So, je, je, je. Philipp, Philipp, Philipp. So, du gehst jetzt Haia Bubu machen. Du bist Samuel. Genau, der vernachlässigte. Und du gehst dann hier schlafen. So. Sag mal, was ist denn hier los? So, dann kümmerst du, warte. Du gehst jetzt hier hin. Du kommst ins Haus. Jetzt haben sie nur noch 618. Zumindest sind die Rechnung gezahlt. Und wir haben Strom. Da kann Philipp hier wieder fernsehen. Aber wir haben wieder Stromschutz. Ja, ich weiß. Ich hab die Rechnung gezahlt. Wie, wie denn? Ach, ich hab ein paar Freunde um Geld gebeten. Gebeten? Ich muss schon wieder niesen. Kurzer Augenblick. Ah ja, das ist die Zeit, in der man wieder krank wird. Gut, ich nehm die vorher am Freitag auf den 17. Und das ist für Montag geplant. Genau, deshalb weiß ich nicht, ob ich krank sein werde am Montag. Schauen wir mal. Na ja, auf jeden Fall. Genau, du willst ihn jetzt schnell. Du bist ja vater. Du musst ja maßregeln, deine Kinder, ob das geht. Irgendwie nicht. Dann, du gibst ihm jetzt was zu futtern. Und dann legst du ihn ins Bett. Wie viele Tage hast du noch? Ich will eigentlich schon zwei Tage. Naja, das wird nichts. Wir haben so viel Zeit mit Dings verbracht. So, äh, du gibst ein Fläschchen. Das ist irgendwie besser. So, oje, oje. Gartenpflege, natürlich sind die wieder alle zurückentwickelt. Äh, Dominik, was machst du da? Dominik. Du kannst jetzt mal was zu essen, dann gehst du ins Bett. Cool. Oh, hier ist schon was kaputt gegangen. Sehr schön. So, zu essen braucht sie nichts. Das hat sie auch, genau. Gärtnerin, Pflanzenerd oder Blüten sortierin. Weiß ich noch nicht, was ich mache. Weiß ich noch nicht, egal. Ja, erst mal kriegst du ein bisschen was zu futtern. Und dann, äh, lege ich dich ins Bett. Du bist sehr müde. Wieso? Okay. Ich meine, es ist ja nicht so, dass nur eine Seite, aber die gehen, egal, egal. So, mein Schatz, es gibt erst was zu essen. Was ist denn ein Bäuchchen? Röck. Oh, das war auch ein ordentlicher. Du musst lächst dich schlafen. Ja, ich weiß, du bist ins Bett. Oh, was ist? Oh, schmutzig. Ja. Okay, ich hab Hunger. Haben wir denn noch was zu essen für dich, Philipp? Reste nehmen. Okay, du musst was kochen. So, dann. Das dauert ganz schön lang. So, Abendessen servieren. Hm, was machen wir denn, leckerer Schmeckeres? Ähm, ähm. Was könnte Philipp denn kochen? Lachs in Kräuterkrust. Oh, lecker. Warum ist es denn nass? Außer wegen Zoe, weil sie tropft. Du musst auch die Waschmaschine verbessern, dass wir ein weiteres Fach haben. Level 8. Wie weit bist du denn? 7 auf fast. Level 8. Oh, ich bin so nass. Dann könntest du auch das Outfit enden. Ich geh jetzt schlafen. Äh, warte. Ich hab keine Zeit, ich bin müde. Aber so wie. Ich kann sie aber nicht ewig drücken davon. Er ist ein bisschen verletzt, weil. Samwellen getreten hat. Ach, je, 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 je. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich esse lieber Lachs in Kräuterkruste. Oh, je, je. Dieser Donner macht mir Angst. Oh, ich bin so traurig. Oh, ich kriege ich dünnen Schiss. Oh, ich kriege ich dünnen Schiss. Schade, dass es kein Essen gibt, das sie als Vorliebe haben und eine Abneigung. Aber diese Vorliebe und Abneigung bringen eh nicht so viel. Abneigung sind nervig, weil die dann, dann sind sie angespannt und dies und das und so weiter. Also, du legst sie wieder schlafen. Ich will schlafen. Und jetzt geht er auf die andere Seite. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt muss ich die Folge leider beenden. Und falls ihr die Folge gefallen habt, würde ich mich mit meinen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, solltet ihr auf Abonnieren drücken. Und natürlich das nächste wieder einschalten bei der neuen Folge von, oder einer nächsten Folge. Bei The Sims 4 oder irgendeiner Folge, die... Auch schön ist, ja, ich habe ja ein paar Folgen. Es ist ja die 380... Ach Quatsch, 390. Folge. Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.